Ich will schlafen. Ach ja, das wird hier glaube ich so schnell nichts mehr. Und mal ehrlich, huch. Wer hat gemerkt, dass ich mir gerade zwischendurch einen Kaffee geholt habe? Was mache ich hier eigentlich? So. Das ist immer noch nicht. Boah. Ähm. Ich war gerade zwischendurch beim Wecker und habe meinen Kaffee geholt. Mal gucken, ob es jemand mitbekommen hat. Wenn, dann schreibt mir mein Kommentar rein. Würde mich wieder interessieren, ob das so klappt oder ob das mitbekommen wurde. Das würde mich wirklich interessieren. Hm. 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 Ja. Viel machen kann ich hier auch nicht, was mir irgendwie Geld bringen würde. Äh, Quatsch. Geld, äh, was mir irgendwie Leben bringen würde. Leben, was labere ich? Geld, Leben. Ah, für Zilligo Legends vorhin gezockt. Hey, ohne Mist. Ich meine selbst verfreilichend Level und ich werde jetzt auch mal gezielt losgehen. Boah, jetzt reicht's aber. Und mir Level ansammeln gehen, weil wir brauchen das unbedingt. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal hier... Das Eisen mit. Das Holz. Und dann gehen wir jetzt mal los und machen mal gezielt noch ein paar Level. What the fuck? Jetzt hat der eine übelste Sprungkraft das Pferd. Das ist echt heftig. Das gefällt mir. Huch. Jetzt hat's mich tatsächlich ins Haus reingepackt. Ja, ich räume mal ganz kurz die Erde weg, bevor ich runtergehe. Fällt mir grad so auf. Gut, dass ich mich ins Haus reingepackt hatte. Ich hatte das mit dem Fallen inventar da runtergegangen und glaube ich nicht so intelligent. Obwohl wir jetzt keinen großen Unterschied machen, aber... Muss ja nicht sein. Ja, ich würd' sagen... Die Artkiste ist voll. Komplett. Why not? So, da hau' ich mir die 5 Erde, die ich noch habe. So, hier dran. Und dann habe ich auch noch ein paar. Zum Essen. Moment. Im Winter. Ohne Mist. Ich bin... Leicht gebrained momentan. Gebrained. So. Und zwar. Da haben wir sie. Habt noch hundertprozentig hier irgendwo ne Workbench. Genau, einmal die, die genau hier steht. So machen wir den Eisenschwerter. Und dann gehen wir hier hoch. Wir stellen uns einfach mal hier her. Und schauen, was passiert. Die Spinnen sind echt mega penetrant. Ich glaube, ich stelle mich hier her. So, dann tue ich mal die Maus loslassen. Wir tun uns mal entspannen hier. Ich trinke auf einen Schuss Kaffee. Und beobachten, was da jetzt so runterfällt. Ähm... Ich könnte selbst verfreilichend da oben dafür sorgen, dass da keine Spinnen mehr spawnen. Dazu bräuchte ich aber... Und so, da habe ich sogar was zurückpassendem Material dazu. Ich kann mich hier noch durch. Das habe ich zugemacht in den Eingang hier. Äh, der ist zugemacht worden. Ich komme ja sogar nicht mal hoch. Na gut. Äh, Rüstung sieht auch ganz gut aus. Bogen, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Na gut. Ja, die Spinnen muss ich immer mal hier runterlocken. Da läuft das schon. Wuuuuh. Hm, die hat nicht drauf reagiert. So, mal gucken, was da so runterfällt. Das ist echt eine ganze Menge. Und dann werden wir mal hoffen, was wir da mit 30 schnell zusammenkriegen. Ich werde es immer eine ganze Weile hier stehen. Ähm... Was haben wir denn für Themen? Also, ihr habt ja sicher gemerkt, dass ich jetzt zwei Jahre auf YouTube bin. Das normalerweise wäre jetzt ein Special gekommen. Das ist aber noch nicht gekommen. Das hat folgenden Grund. Äh... Ich habe momentan eine ganze Menge Specials vorgeplant. Dazu zählt das Zweijährige. Dann haben wir das Tausender Special. Dann noch ein Special für den Clan. Den wir gemacht haben. Dann kommt noch ein anderes Special. Und lauter so ein Bullshit. Und deswegen fuck ich das Tausender Special und das Zweijährige Special zusammen. Und warte natürlich bis zur Fertigstellung, bis ich, äh... Die tausend Abonnenten geknackt habe. Und dann noch ein Ankündigungsvideo, was auch so eine Art Special sein wird. Und deswegen, ähm... Verzeiht mir, wenn da jetzt kein Special extra kam. So, ich tricke nochmal schon Kaffee hier. Ich weiß nicht, wenn ich den nehme, hier. Ich gehe mal nicht, äh... Niaus. Neus. Siebe. 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 Schabatanda. SosCHapatan. Äh... Na wutsch. La la la, ist mir langweilig. La langweilig. Huiiii. Das hört sich doch gut an. Monsterjäger, ja schon klar. Ich habe in den ganzen siebenhundert vollgemeinkapstens ein Monster gekillt. Darum bin ich Monsterjäger. La 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 la. Hat sogar eine Spindel überlebt. Weil hier einfach viel zu viel rumsteht. filmen aufstehen. Hii ert hat ¡vii! So oder, mein Rest war noch kaputt. na komm ich sterb da da ja 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 steppt mal neweiterung Noch einer da, nö. Ich glaube, ich bin so nervig mit dem Pfeilen, aber okay. Ja, da haben wir ja noch ein paar Bögen bekommen. Schießpulver ist ja auch ganz gut gelandet, warum auch immer es das hier doppelt liegt, ist ja auch vollkommen egal. Äh, ansonsten ist irgendwas lustiges hier runtergefallen. Hm. Nicht wirklich. Lol. Kommt her. Ey. Ich nehme an einem normalen Bogen. Ich kann gleich mal miteinander verbinden, damit ich hier einen einzigsten normalen Bogen rausbekomme. Oho. Oho. Okビs, ok. Na wer will noch wer will noch Wer will noch Sagt mir doch Es ist so typisch, wenn du mal einschaltest, äh einschaltest das Wasser, dann fliegen sie alle runter Ja, alle Gotta find him, ma'am Gotta find him, ma'am Wuii Tod Ah, haben wir hier noch was spannendes drin, äh Ich werde nur Level 30 Ich glaube, ich muss wieder hochgehen Das Problem ist, die obere Monster-Taschen arbeiten nicht, wenn die untere noch, äh, wenn ich hier unten stehe, da arbeiten nur die untere Joa Joa Lalalalalalalalalalalala Sterbt doch alle Oh, die ganzen Spinnis Oh, die ganzen Spinnis Uuuuuuuu Was denn von ich duuuu Da haben ja wieder Spinnen hier entstehen, ne? Was ist denn Vernichtung? So. Da ist schon wieder einer. Geh mich aber nicht an, wie sie... Ah, jetzt. Okay, wieder nicht. Egal, ich triebe wieder einen Stuhl Kaffee. Na, 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 na. So, das heute ist eigentlich wieder mit 30 reichen, hoffe ich mal. Äh... 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 So... Dann kommt mal her... Da gehen sie alle drauf. Sterbt alle, sterbt alle. Äh... So... 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 Wie liegt grad? Egal, vergessen wir was machen. habe gerade überlegt und vielleicht das glas aber die falsche variante ist aber ist doch egal so komme ich mache den bogen ist alles 30 jahren noch einer ach das sind noch zwei kripper 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 zumbie 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 so sieht man in der fachsprache tot so dafür jetzt noch ein bisschen was zum nächsten level und das kriegt man auch gleich fertig wie auch immer ich an schweinefleisch komme tja ich sehe da drin erst mal vier hühler warum nicht die kommt auch nicht durch kenne das wenn ihr so ein sniper habt so das war falsch ok ich werde jetzt den ambush treffen hua 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 und klack und kachin und kachin und kachin ha 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 es ist doch geil dass die lats nicht kaputt geht dabei aber okay ich kann mal noch treffen die fackeln die so gut treffen so naja uh der hat kittenrüstung an hat er die teilen lassen ich glaube nicht nein aber ein buch wurde fallen gelassen okay auch schade so eine krepp muss tun wir schon was edles so level 30 haben wir gleich go go so dankeschön zweimal das nehmen wir gerne ich mag helleräume